Ich muss jetzt erstmal meine Team Team und mein Blade holen, das ist für mich ganz wichtig. So und dann lass uns auf der Bot dann was probieren. Die Lulu ult ist raus, Ash ist glaube ich auch raus. Da bin ich mir nicht so sicher. Was ist mit dem Flash? Ja die hat geflasht, die hat geflasht, genau. Die hat geflasht, haben auch das geflasht. Also Ash hat keinen Flash mehr. So, ich muss jetzt erstmal down, wenn ich meine... Können wir die nicht töten auf der Tree? Die wissen, dass ich komme, die wissen, dass ich komme, da war ein Wort. Der TF-Move da unten ist da weg, die Welt ist gelive. Bot, 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 ist later, 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 wenn du es so bekommst. Können wir hier turnen, Floh ist nicht stark, schaffen wir nicht? Weiß ich nicht, lass das nicht. Nur, nur, nimm Stun oder sowas, dann noch was. Hier ist ein GP. Oh, das war... Die Lulu war dann gerade in Slow Range. Der Tower-Bot? Der Tower-Bot? Äh, wir müssen die Bot deffen, aber hier außen rum. Floh, Floh, wie wär's denn? Nein, 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 jetzt defft erstmal, wir haben einen weniger, Jungs. Weiß wir da, gehen wir jetzt drauf, ja? Ey, hier! Ich hab doch extra... Wir müssen jetzt nicht so dämlich sterben, Mann. Ich hab das extra gesagt. Können wir da? So, ich komm jetzt einfach in die Mitte. Wir sind ja relativ low, vielleicht können wir was machen. Nade ist weg. Hier ist ein Pink-Bot noch. Der beste Move wäre, dass der Floh vom Red zur Top gegangen war. Also so im Nachhinein. Weil... Chen ist so fucking... Chen kann das so richtig worth it machen, wenn die sich so... Ich muss da aber mal nicht die Zoll ausdecken. Ich muss das so schnell wie nur gespringen. Halte da mal so ein Auge offen, dass wenn du da irgendwas mega pushen kannst für den Group, selbst wenn da... Wenn da zweifelig sterben, dass er dann... Richtung Nibitore kommt und Nibitore ist gegen die Gold wert. Schock, die Stahlzeiter! Ich war noch 11 weg. Ich war noch 200 Gold, ja? Ich kann die jetzt mega slow, ne? Muss mal Immorts holen. Oh, Chris ist tot wahrscheinlich. Alter, ich schock von oben, ich schock von oben! Nice game! Aber passt noch auf, die kommen alle denn noch ult! Okay raus raus raus! Wir sind da in der Unten, ihr seid mit der Unterzahl. Sehr gut, Mitte, 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 Mitte! Könnt ihr in die Mitte push an? Kommt hier bitte alle jetzt. Push da! Hier ist ein Knock. Kommt hier dritt! Kommt hier dritt. Schnell! Floh pushen! Pushen, 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 pushen! Das sind die Geist! Ich hab da sowas mit der Turo rum manchmal, das... Jaa, der entdeckte die Kanzlinge. Mach mal das Ding von ihm weg. Also, gegen die Türken, wir eigentlich wissen, wir haben gesucht den Global Pressure und gleichzeitig können wir aber... Aber ich war vorher mein Zorro. Wir müssen eigentlich, wenn wir die... äh... Die sind mega low. Ich muss ganz kurz meine Ägide holen. Jaa... Ja, ihr könnt die ruhig weiter runterfobten. Wenn die losen, dann können die euch gar nicht viel anbauen. Aber rollt bitte aus, wir brauchen noch Wards. Ich muss eigentlich die Top da clearn gehen. Ja... Wir kriegen da grad eh nix gepusht. Ich geh hoch. Dann sammeln sich zwei und halb Waves an. Die sammeln sich jetzt. Jungs, ich geh kurz, die Waves nur mit dem Weg clearn. Wir werden englisch. Wartet Jungs. Ja, ich bin... Ich brauche ein Minion. Ich bin jetzt gleich da mit Stump. Ich brauche mal eine A-S-Holder durch. Jetzt sind wir mit Tower schnell, schnell, schnell. Ich brauche mal eine A-S-Holder durch. Ich brauche mal eine A-S-Holder durch. Nice. Der ist gestunt. Schade. Fun. Auf close. Einer Bot. Einer Bot. Einer Bot und einer Top. Geht er weg. Wir haben ihre Engages raus. Nutzen die Zeit um schnell zu pushen. Da müssen wir gleich booten. Wie gesagt, du siehst wie gefährlich das ist. Der Drake ist in 40, Jungs. Ja, beeilt euch mit dem Top-Bot. 40? Ja, beeil dich. Ja, die, die, die. Die, die, die. Die, die, die. Ja, die, die. Umso besser. Also pushen wir halt gegen den Schiff. Können wir den, äh, Strabber runter, ne? Ja. Fest auf, Lulu. Lass ihn mal koordiniert jetzt fighten. Erst noch poken. Ja. Und zusammenbleiben. Floatings da drin. Ja. Was fokussieren wir? Ähm. Wir fokussen den TF und die Ash. Ich fährt... Ich fährt eigentlich... Weiter. Drake, Drake, Drake. Egal was trifft. Wenn wir einen da... Richtig Stubben sind. Ja, wir... Wir haben halt... Ja. Schafft ihr das? Da, da, go, go, go! Ja. Nice job. So, was machen wir, Tom? Äh, Simon? Ähm, wir gehen... Mitte... Und Lane. Ja, wir können jetzt grad keine Lane wirklich pushen. Mitte und Bot. Ja, wir können jetzt grad keine Lane wirklich pushen. Mitte und Bot. Hier, die da! Äh, 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 äh. Aber mein... Die App ist top. Einer muss auf die Top, schnell! Ich geh top. Ich geh B. Ich hab 200.000. Äh, eins von der zweiten. Ja, ja, ich bin ready. Du musst da oben weg. Ich hab die noch gepickt, aber die Optionen dürfen wir nicht schaffen. Nix. Ne? Nehm den Tower Bot. Wir dürfen überhaupt nicht mehr zu zweit oder... Ja, ja, stimmt. Wir müssen gut bleiben, hast du recht. Lulu kommt runter, über den River. Der fährt keine Rückmärkte so. Die haben drei Globels. Ja, ja, klar. Die Frage ist halt, was... Was tun wir jetzt? Wir haben... Wir haben nicht allzu viel. Ja, wir müssen fighten irgendwie. Ja, ja, klar. Wir müssen die fight suchen. Wir müssen um die neutralen Objectives fighten. Aber... Wenn die down sind, was machen wir dann? Wir sollten eigentlich auch für die Buffs und sowas gehen. Und Wands. Lass uns einfach pushen und... Lass uns die pushen kämpfen. Das kann man gut machen. Lass uns mit pushen, oder? Lass uns mit pushen, oder? Gepulver. Gepulver. Ja, wir könnten gerne mit den pushen, aber wir werden nicht die Tower siegen können. Das... Das muss uns einfach bewusst sein. Deswegen müssen wir um andere Sachen festlegen. Der DTF kiert das halt instill. Wir können die Eye einkippen. Wenn wir die ran pushen, dann können wir die poke. Das können wir machen. Und wir können pushen aufbauen. In den Tower. Ich ward da oben. So dann poke. Nice! Achtung Arrow! Pog die weiter! Pog die weiter! Ja die müssen weg gehen, dann kann ich mal den Tower nehmen Ja! Bitte 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 einfach Pfeil! Wir können hier weiter pogen, ich verstand Passt auf! Mana! Mana ein bisschen low bei mir und trotzdem Ja ich brauche Minions Was ist hier? Wir müssen einfach eigentlich weiter pressern Der hat einen Minion angefangen zu Trotzdem weitermachen Okay TN ist eh weggehen Ja 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 Wir brauchen den Loot für sowas Das ist eigentlich total die Waffe Wir pressern die so lange mit dieser Sache einfach Und wenn wir merken Jetzt kommen wir in die Situation Wenn wir das länger aufhalten Dann geht es gerade Dafür brauchen wir Wir brauchen einfach diese Uhr Die wollen Mitte! Ja Mitte! Kommt in die Mitte! Kommt in die Mitte! Ich bin gleich da! Ja! Bitte bitte bitte! Pass doch ein Engage auf! Ok! Mach weiter! Der TF geht runter! Ja der hat ne Hulb ne! Halt das! Halt das! Halt das! Nicht in Gate! Wir verlieren den direkt im Fall! Wenn der TF nachher rein kommt, hat er noch zurück! Ich glaub ich nicht dran! Ja, glaub ich auch, aber wir müssen drücken! So, Achtung! Okay, die kommen! Kommst du raus? Heiß! 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 Genau so Jungs! Genau so Jungs! Heiß! Heiß! Schön gemacht! So jetzt nicht die ersten Wartung! Das ist jetzt einfach, dass der Geilte hier macht! Heiß! Heiß! Okay, wir müssen raus! Ah! Dragon40! Dragon40! Krass! Raus! Wir müssen instant raus! War der Ash-Arrow offen, ey? Ja! Ja, aber raus! Ich hab Sonia! Ich hab jetzt auch Blomper! So, TF ist top, wir gehen direkt zum Dragon, das ist... Pink Wards, Jungs. Ich hab, ja. So, wir fangen an, sobald der spawnen. Hast du, du hast kein Team mehr wo, ne? Ähm, ne. Weil top, das... Der Nocturne ist Half-Life. Ja, lass uns hier den Dragon direkt nehmen, da müssen wir auch schnell... Flo, kannst du den schon mal... Okay, der TF wird... Oh, lol. Poked! Poked! Wir sind die Ziger-Cat. Ja, ich hab's nicht mehr. Man kann mich überhaupt nicht bewegen, ey, da sind irgendwie alle. Müssen wir raus. Also, könnt ihr gerne probieren, zu fighten, aber... Äh, der hat geflasht. Raus da! Oh mein Gott. Spiel fighten. Okay, jetzt. Um 30, Alter. Ah, fuck. Keiner wem ist los. Ich hab jedenfalls die 15 laufen. Ja, ja, klar. Gar nicht. Nix mit ner anderen. Dauer. Ja, ich bin halt gedacht. Flo, komm hier zu mir. Ich hab ne... ich hab ne Lantern. Ich bin auf dem Weg. Ich komm mit, Ult. Oh, nice. Jetzt. Ich bin gleich da, Jungs. Ich bin gleich da, Jungs. Können wir fighten, irgendwie? Kann ich mich hier ein bisschen hochrecken? Ich hab den Geist. Ich hab den Geist. Halt euch abpushen. Sidelanes. Ah okay. Ich geh oben. Ich geh in den Janner. Pass auf. Oh lol Ah, ich hab die letzten Suster in der Backmauke Ah, Tobi ist von der Hohen, von der Hohen, von der Hohen Oh, was soll ich denn die zwei hatten? Was war das? Alter! Ja, pass auf einfach, das ist ultra-obvious. Kommt alle in die Mitte, Chris muss kommen. Also, sobald ich wegge- nee, Quanti am Backboard. Nevermind, sorry. Ich dachte jetzt, die bleiben. Die werden vielleicht doch kommen. Also, Modum, auf jeden Fall kommen. Ich bin da. Ich glaub nicht, dass die den jetzt machen. Sein hat sich, dass er jetzt reinbaden wollte. Wir sollten den eigentlich machen eigentlich. Ich brauche noch 150 Gold für Rabadon. Müssen die, die, die Low-Targets dauern. Die Lulu ist ziemlich geil. Aber lass mich posten. Ja, lass mich auch posten. Spaß, lass mich auch auf den Top. So, die TF-Ult ist raus. Was ist denn noch aus? Ash-Ult ist raus. Ja, eigentlich muss ich mal fighten, ja. Ich will nicht fighten, aber posten. Ich will nicht fighten, aber posten. Ich will nicht engage, gut. Und der Ash-Ult, darauf können die auch verzichten. Die Wurst auch so bashen können. So, dass du dir geboostert und dann kommst. Ja. Ich fiel mich hier ein bisschen vor. Aber ich hab dein Rabadon. Ja, trotzdem. Ich muss hier bleiben. Acht, wenn wir uns zu spüren. Und poked ihn. Ähm, wo? Mensch? Bereit halt. Schön, schön. Gehen wir weiter, Pro? Ja, die hauen ganze Zeit ab. Die App. Warte, mich schlauern. Ähm. Gehen wir weiter, bitte. Ehm, damit wir anfangen. Wenn wir los Mitarbeiter einschlafen 0 depth. Die Elf ist so gut und so. Nice! Oh, schade. Die Elf wird runter. Ich bin hinterher. Aber, ne, wir sind kaputt. Lass uns hier bleiben. Lass uns hier bleiben. Wir müssen dann aufpassen, dass wir jetzt hier nicht overstehen. In einen Tower sollten wir uns mit 4 Pressure holen. Und dann sollten wir weggehen wegen Baron. Vielleicht schaffen wir noch mehr. Mal gucken, ob wir bleiben. Die Frage ist, dass wir ihn nicht verstanden haben. Lass uns rausgehen. Ich hoffe, der Fuschtung jetzt auch noch mit einer hochgehen. Einer hoch, der jetzt nicht direkt weg muss. Wer immer meint, die haben zu viel Global. Einer Mord zu schnell, Flo. Ich will. Flo muss bei Baron machen. Wenn ich an TP habe, ich gehe mit Botway, Queer in die Base und komme mit TP, wenn was ist. Ey, die sind jetzt so schnell nicht an Baron. Die leben ja... Die sehen mich jetzt, aber. Ja, es ist an SP, du hast einen TP, oder Mo? Ja. Die machen den. Du brauchst nämlich noch Mana, du brauchst Mana. In die Base, schnell. Die machen den. So, ich hätte noch eine Lantern. Kannst du Lotte rüber? Ich hab noch eine Lantern. Mal retten. Wieder eine Lantern. Okay, raus. Jungs, passt auf. Die haben wieder Ultis, oder? Äh, TF hat keine mehr. Ash. Runter. Drank ab. Oh, sch. Drank... 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 35a genau, das war es. Wurden wir gerade von einem... Ne, das habe ich eben auch gesagt, aber... Wir haben es vergessen aufzuschreiben. Ich muss in die Base. In die Mitte. Oh, Worts. Also lassen wir den Drake jetzt heim, oder? Nein. Aber... Einer muss hochkommen. Ich glaube, dass wir den... So was dürfen wir nicht machen, denn wir... Wären es sogar gewusst, dass das passieren kann. Wir sind direkt weggegangen. Wir sind einfach... Ich meine, außer... Ja, dann hätten wir... Dann hätten wir den Tower vielleicht mit 1, 2... ...Membern hier nicht mit der Westen. Wir waren doch rechtzeitig. Ich bin bis zum Ende geblieben, und da war es direkt mit der Barrow. Locker. Flo-Au. Der macht ja die scheiß Benji's weg. Ich weiß ja nicht, was die da gemacht. Also, du warst auf dem Board. Alles okay, aber... Machen wir gleich. Ah, ist okay. Äh... Ja, ne... Ja, ne... Das Problem ist, ich kann halt die Ashes wegkacken, weil das in der Westen die Video ist, wie die Red Boden fällt. Ich brauche jetzt gleich erstmal mein Bench ist, dann kann ich das gleich was machen. Ist doch ein Ashes irgendwo. Ja. Lass mal weggehen, solange die noch Serum haben, oder? Ja. Ashes bot... Toppusht für uns, oder? Push die für uns, gleich können wir keine Mini-Rave für die. Aber wir... Ja, das klappt. Das wird für uns pushen. Okay. Dann... Lass uns mal bitte versuchen die... Die... Ashes ist gerade vorne. Wo, wo, wo gehst du jetzt fast wieder hin? Wo gehst du jetzt fast wieder hin? Wo ist die wohl anfangen? Ja, das ist... Drei Leute. Ja, das war jetzt die derzeit, damit ich nicht krabbeln. Alter, die Benchys. Ja. Geht los, Law. Ja, die... Die haben drei Benchys. Geil. Konzentriert sich bitte darauf, den Kram zu dodgen. War nicht so... Achter, die Box! Sw-Rösen! Ah, nervig, FUJ, dobrze. Ich zieh dich einfach mal sein. Oh, nein! Ich bin nicht immer noch tot Ja. Die Top können wir noch freshern, oder? Wir schaffen das rechtzeitig. In der Mitte kriegen wir jetzt eh nix mehr. Die sind zu schnell. Dann gehe ich gegen den Tf. Tf ist nach Port. Los, 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 los. Zeigt euch da mal alle. Vielleicht kann ich den töten. Komm, jetzt lass uns diesen blöden Tower. Er wird jetzt gleich weg Porten. Er hat wieder Ulti, wenn er wieder kommt. Schätze ich. Hint da 6, die haben wieder alle Ulti. Er pflegt wieder. Verlass mich allein. Was? Tom war aufwärts. Schau. Ich bin zu mir springen. I'm serious, du nigger? Ich bin da. Ich muss ihn fest. Ich bin behebbar. Ich bin ein wenig, weil ich in der Mitte nicht war. Ich bin da. Ich bin imperium. Ich bin hier. Ich bin ein wenig, ich bin. Ich bin der Ist. Ich bin ein wenig. Ich habe einen Lernstab aus dem Weg jetzt Komm! Ich bin ein Bits Hä? Okay noch Turn-O Hey der TF! Dann Turn irgendwas? Ja ich hab's Der TF kann ich nicht Jungs, der Bot Tower Ich komme Jetzt haben sie mehr gespielt Der Baron ist 5 Okay Warden aber Ja Hier ist ein Ward gestellt worden Ja das war top Wir müssen einen von diesen Key-Targets raus bekommen Ich finde eigentlich Aber die sind ja nie da Auch so eine Niveau raus Ich hab ihn halt jetzt wieder alle auf jeden Fall Kann ich das wollen? Ja dann kommt Die Lulu die spottet immer noch aus um die Failposition zu erkennen und dann Ich hab sie Sieben kurz Pass auf den Arrow auf Ist doch ganz Ja Oh nerven wie schnell Wo kommt er hin? Da ist er nicht Was soll ich machen heute? Oh nerven ey, das geht mir gerade so aus Das ist die Kombo Selbst ohne ey Ich kann jedes Mal beide Summoner instant burnen Ich kann jedes Mal beide Summoner instant burnen Wenn die Ja bei mir auch Die Scheiße machen Ich komme ja überhaupt nicht mit dem Pokken Weil die jedes Mal weg sind Guck mal, fahre ich hab Heft rein Dieser Dock Er ist nur eine Zerratulte Sonst können wir's machen Und deswegen müssen wir halt die Objekte zeigen Wir haben ja nicht mehr 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 Ja seit der Baron weg ist Können wir gar nichts mehr contesten Boah, so schnell Ja das war einfach ein mega Knappes Game Und dann ist es in die eine Richtung Durch den Baron gegangen Das ist Ja Aber dieses Spiel hier ist interessant mal anzusehen Ich hab ja nicht mehr Wir haben es nicht mehr Hier steht Achtung Wo kommst du? War aber an sich trotzdem Wir haben nicht vergessen die Quäne wegen Die spielen aber nicht so Was heißt es spielen so entweder Vielen Dank. Das war's für heute. Immer noch.